Hi, hier ist Johannes aus dem Board Game Circus Team. Wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf das Material einer unserer April Neuheiten, Lost Lights. Lost Lights ist ein Micro Area Control Spiel für genau zwei Personen, in dem ihr um die Macht in der Welt Amarna kämpft. Das macht ihr, indem ihr eure Einheiten wunderschön bedruckt auf der Landkarte einsetzt. Diese Landkarte ist in mehrere Gebiete und Regionen unterteilt. Die Einheiten auf der Landkarte bringen euch einerseits Würfel und damit Kampfstärke. Außerdem könnt ihr eure Gefährtinnen und Gefährten im Kampf einsetzen, die euch einerseits Aktionspunkte und Stärke bringen, aber auch mächtige Fähigkeiten. Der Clou an dem Spiel ist, dass zu Beginn der Partie die Karten gedraftet werden. Das heißt, ihr wisst ganz genau, welche Karten euer Gegenüber einsetzen kann und müsst darauf taktisch reagieren. Schaut mal auf unserer Seite und im Shop vorbei, ob euch das Spiel vielleicht gefallen könnte. Und ist aktuell auch im Angebot mit unseren anderen beiden April Neuheiten, Tüftelmonster und Shake That City, zu denen ihr in den nächsten Tagen noch mehr erfahren werdet. Ciao!